hallo das 3 2 Mata habe ich angemacht wenn ich noch zählen höre 3 2 3 2 1 äh hast du einen Anker mal wieder, hat mich wieder vergessen, ne? Ne, nicht vergessen Genial, hast du noch ne Axt, dann spring schnell rauf Ne, ich hab ne Axt hab ne Axt dann brauchen wir uns alle Bäume ab, wir brauchen eh nix anderes außer ähm Baums Baums und Sand Palmblätter und Palmblätter hast du jetzt nen Anker gemacht? Nein, du musst nicht beeilen sie ist noch nicht weg schon, das ist gut dann bruch ich den Bau ab ach aber du bist auf nem Schiff, ne? ja, aber ich will gerne Sandhonen holen, ne? ja, ja, ich auch, aber bei mir ist grad... dann mach, dann mach, wir haben noch Zeit ok, dann mach doch so lang einfach nen Ding, nen Anker kurz ach doch einfach kurz nen Stein Anker äh hab ich keine Versuchen zu was brauchst du denn? Steine wenn... nein, 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 wir können doch gegen... hol doch kurz Sand! nein, wir wollen doch nicht so lange brauchen wir wollen doch nicht so lange brauchen ich hab doch keinen... ich hab doch keinen Speer das ist doch scheißegal! ich sterb doch aber geh halt nicht da rein, wo nichts ist wo dich nur nachgucken jetzt du bist jetzt selber schuld ja, hier ist nirgendwo was ich muss richtig weit schwimmen ja, auf der anderen... geh doch einfach auf die Scheißinsel drauf ja, kannst du ihn einfach bei dir behalten, derzeit den, den Haik? ja, ich bin einfach so zu können und hab mir noch zu mir schon denke ich auch so außer vom Wasserport ja, du musst dich beeilen, ne? ja, warte, warte äh, ich bin jetzt im Wasser okay, ich hab das Boot gegen den Bind gesetzt also es sollte noch schon aber es ist, äh, es geht gleich weg, ne? hier ist Sand was hast du gemacht, Heike, oder? nein, 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 es geht gleich weg der Schiff von der Insel ja, dann würde ich mal aufnennen damit so, hier Sand und Lehm auch? äh, nur Sand also Lehm auch schön, aber lieber Sand ja, hier ist noch Sand wenn ich hier auch nochmal Sand ist ja heil bei dir, ne? ja, ja das steht noch hier das steht fast immer nur beim Boot okay, gut äh, ich will noch ein bisschen Algen mitnehmen, oder? brauchen wir Algen? ich hab deinen schönen Vorgänger jetzt nein, wir brauchen keine Algen du musst hierher, komm, komm komm, komm ich sehe gar keinen Sand okay, okay, komm ich bin aber ziemlich weit weg, um ehrlich zu sein ja, schön, na komm äh, ich bin mit... ich berühre mittlerweile nicht mehr das Schiff äh, die Insel ja, ja, ja das ist so, ja das ist so, ja, ja alles gut ja, 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 alles gut na, jetzt bin ich schon zurück, schon jetzt und nicht mehr das Metall abzubauen aber ich hab wieder oben die Anzeige ja, ich hab das sinnvollste Fall all dem was wir bis jetzt getroffen haben gekauftet nein nein das hier ja jetzt jetzt brauche ich zu mouse zu nächsten außer chamber ipede ja ich habe auch jetzt ist es wirklich gut die grenzen STARSEL oh, hast du einen STARSEL mein Gott, warte, warte ich bin so smart ich bin schnell wie doch ein Wixer nein, was ist eingesammelt? Irgendwo ja, tu nicht so ähm, kannst du dir das Sand geben? hm, ich hab kein Sandgold, ich hab Lehmgold hast du dir gesagt, ja, ein Sand? Kiste hast du Lehm? Ja Ja. Hast du Sand? Nein. Ich hab hier vier Ton für dich. Gib mir jetzt den Sand. Da. Ich weiß, dass du mich bei sowas verarscht. Okay. Jedenfalls verpasst. Ja. Sehr schön, wir konnten eigentlich kraften, dann brauchen wir genau nur eins. Da. Aber auch nicht mehr. Aber ist gut, dann können wir Glas bauen. Ja. Ich hab ich auch mal die Metallbar. Jetzt muss doch der Baum fertig sein. Ja. Bam. Bam. Boom. Jawohl. Hast du Sandbarn? Äh, egal, hab ich gemacht. Habe ich was? Können wir irgendwie einen zweiten Stock machen? Ja, ja. Ja, ich weiß, aber ich kann mir, ich mach mich so. Wenn es ja, ich würde sagen, wir müssen unsere Insel erst mal noch ein großes Stück vergrößern. Und das ist ein Zulock. Äh, am Jumbo-Ninzelt. Das ist auch kein Schiff, das ist ein Raft. Da brauchen wir ein Paket. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ja, ne, ne. Äh. Ja. Können wir jetzt endlich einen großen Grill machen? Ja, aber grad sagen, kannst du dich mal darum kümmern, weil es sieht so richtig hässlich wie mich nicht aus. Ähm. Gut, dann, wenn du mir Shot gibst, dann hab ich so gut wie alles. Shot? Ja, hier. Ja. Danke. Einfach alles gegeben. Merkt ihr das? Äh, ich hab kein Schwer. Ich hab ein Schwer. Kann ich eine Axt benutzen? Ich hab ein Schwer. Nee, ich hab nicht. Ich hab ein Schwer. Aber weil ich gleich mal, ne, mach mal zuerst eine Götusel agreeing. Spaß. Äh, so. Äh, so. Äh, hier mal sechs. Kraft, 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 Kraft. So. wenn das kleine Ding einfach woanders und ständes Gemüse auf den Sack äh ne ich hab ne bessere Verwendung guck mal hier wir bauen jetzt erstmal den neuen hier hin schenk dir was ok äh guck mal wie ich den neuen verwende hier guck mal ich bau den jetzt hier hin springst wirklich für deinen Scheiß nochmal zurück und wie viele Restos ist das was wert der kommt schön hier damit er auch nicht vielleicht gegessen wird ey du weißt aber nicht wann ich den ins Wasser werfe das ist unfair jetzt hab ich Panik nein anklass oder doch ich hab ein paar Müll ich hab schon gemacht das Dinglein ich hab schon das Dinglein gemacht nur egal was gesagt hast das sollte mir aber schleunig ändern das halten ich versuch's doch aus wie schlecht das ist oh ich hab's viel zu schlecht gelenkt so jetzt hat es leichter sein ja ich bin der Luther okay ich bin der Luther und der Metalltyp von uns weil ich sollte mal in diesem Metallofen da von uns äh auch mal Metall reintun was hast du gemacht du bist so smart aber kein Bier das und was soll wie geil gibt's oben auch noch was ne 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 das Ding geht auch direkt unter ich weiß ich weiß das also ne 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 so dann lässt mich direkt auch mein nächstes Geburtstagsgeschenk Sofa dabei ist es einfach ein Sechzeh ja ich wollte grad sagen ich will nicht mal was ein Zufall ist äh entsetzt schlösser wassern wir mal darf mich nicht Planke platzieren ich hab soviel Planken platziert i6 ja da kommen vier Stück rein äh jetzt kannst du den großen Lachs auch von den hab ich schon vorhin gegessen jonge 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 äh hier hab was für dich ich hab da was hingeworfen für dich ja wo denn hier ne kann lesen du bist so gut so unglaublich scheiße das ging vorhin einfach dahin platzieren also äh willst du ihn auch ins Wasser werfen ich hab ihn ins Wasser geworfen ich hab ihn ins Wasser geworfen ich hab hier an der Ecke einfach ne ja ich weiß da ist der reingeschwommen alles zu sehen ehrenmann ja da glaub ich dein Fischdruck und so äh das ist ehrenlos aber ich mache jetzt erstmal seht er nämlich auch eine große Frage was bringt uns eigentlich eine Schaufel das weiß ich gar nicht ähm Sand ausbuddeln um Schmutz zu sammeln oder Sand aber da haben wir auch einen zweiten Open g gleich äh du musst mir ja ich brauch Schrott, Nägel mal sagt mir die anzahlen wir können da hinten nee neben dem ne obwohl da könnt man halt mit er lär bis und so und wie viel mit pilaf hast du im Inventar ne das passt er zieht übrigens auch schneller zurück ähm ja auf jeden Fall hält der Länge auch und er baut auf jeden Fall ab schneller das weiß ich noch was hat denn was auch ein eigenartig ich kann auch gar nicht mehr verteidigen den High gut äh alles gut ich hab den Eisenschwer hat sich so gelohnt Eisen also lass mal ein bisschen mehr auf Palmen gehen dann können wir noch ein paar mehr Netze aufteilen auch machen dann wird es auch besser dann muss das Ding auch bewässern äh den Baum ja hab ich ab und hab ich am Anfang einmal gemacht ja ich hab auf der Eisen sein zu tun ich hab sogar mein Kleber geklaut wozu brauchst du den Scheißkleber hier? für die Plastikflasche Junge du hast auch was du eine hast du doch aber vorhin gesagt dass man dann mehr Wasser drin speiern kann nicht dass man es braucht ich brauch's ich sag du hast eine Jahrzehnte schon angefangen was auch du hast du nicht viel Glitter im Momental gehabt da habe ich mir das eingebildet aber die habe ich mittlerweile in die Kiste gelegt ja und die habe ich äh weil ich reparier mal die Dinger hier ne das ist keine Treppe die die Bretter die der Wichser abgeknabbert hat ach so ja reprisse auch mal ach so das kommt auf einmal richtig schnell zu uns ich hab die Scheiße hier so wir haben jetzt so wir haben so einen Rechskreis wo wir jetzt äh sicher ein Netze reinbauen können ich weiß deswegen hol ich grad richtig ich glaub der kann die noch abbauen solange die nicht fertig sind sagen die nicht was? solange die nicht fertig sind kann man die glaub ich noch abbauen wie meinst du? ach so dass er da einfach die Lücke schwimmt ja 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 aber glaubst du macht der nicht was er ist ein richtiger Hund ne ich glaub schon glaub nicht äh oh mein Gott was? warum sagst du mir das nicht früher? was? du nicht so hast du mir Schrott geben sollst? hast du Schrott? oh scheiße hast du Schrott den du mir geben kannst? ja nicht mehr so ok äh oder warte i halt doch 4 aber dann hätte ich halt keinen Schraub mehr für dich weil ich halt eben Schrauben benutzen musste bisschen Schraub brauchst du noch? ach diga äh Schraub nicht ich meinte Schraub ich meinte doch sorry zwei Nägel und drei Schrott ich glaub da fehlt genau ein Schrott für dass du halt beides hast äh mir fehlt ein Schrott ok dann äh eher Kisten oder ist das Schrott oder Plastik? was? das war grad Schrott das ist Schrott das ist Schrott äh dann hast du's doch äh das war Plastik Plastik natürlich als ob ne Plastikflasche Schrott wäre ne ist da aus wie so eine Plastikflasche das ist Schrott da Schrott die Kiste da hinten ne das ist das ist äh man kriegt ausschließlich von scheiße nein so schlecht diga so schlecht ey ich hab den zweiten Schrott sauber jawoll ach da hat er was gebraucht sag doch früher ich hab doch ein bisschen äh Schott ich wollte dir nicht ausgeben Alter ich baue den mal ab der sieht es nicht aus oder? was? nein was? der war doch grad am arbeiten ne richtig aber wir müssen umbauen ähh ja gleich wenn der Baum fast fertig ist dann äh fällt's wie nicht und dann machst den nachher weg alter können wir das hier endlich auffüllen ich bin schon zum dritten Mal glaub ich reingefallen dann mach mit hehehehe was denn? also ich dachte du hast gar zu eigen seien haben Ball ist jetzt 20 mal auf ein Getr kann ich auch viel durch fahren? wer ging das vor allem noch nein 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 ah een Alpha возмож es bringt doch nichts in die ganze Zeit vor den Sammelnetzen stehen nein für die so nicht durch meinen Fall die tun nach rechts die ich bin hier schon links was ist das sein in der Linksechscheche hat ja alles ich habe hier ich habe ihr gesagt Prozent er muss dabei kommen ich bekenne einen rauchen dann habe ich gesagt er ja ein 20 mal links nach die L der Klasse die Tärna wo es noch mal links Prozent wenn man er in der Name er wenn ich an die Allianz aber ich bin hier so übergeht überlegen hat dass man hier essen damit ich meine die Überlegenheit demonstrieren nämlich noch ein Sammeln extra ich nach meine Überlegenheit demonstrieren er Gott verdammt er ist das ganze Ziel haben Olli hat ihn die Nürnberg Nürnbergs Klanken der die Schmerz der Wurzelt auf dem Wasserbächer doch wieder was danach zu füllen immer mal was habe ich ja bitte ich hab dir nicht abgenommen Annalie der Tango der Abbruch der Zweifelsmacht für mich ein Willenverdiener aber du bist der Gelegenverdiener und schützen 1 6 ich weiß immer noch auch jetzt sage ich uns einen Ball nach warum hast du denn auch so lässt sich da ganz schmelzen er habe ich gehe Plankton schmelzen musste und mein Gott ein Plastik und so es hat doch noch Plastik besucht ein gering Verdiener jetzt so ich habe bereits aus Plastikoren aber nur sollte ein Gesammerzer als sie erinnert aber das ist bisher ein Messer genau das er soll ja noch reisen wofür was er wünscht werden Spitalmeer dann können wir auch schweintöne machte eine Drecksange das hat die Heizkastik als Speer in der alles in der Nähe wäre es zwei ich wollte die Tag so ist es ist zu Teil mit einem Metallachs gleich machen er macht ja eine BW Wir fahren gerade auf eine große... Ah ne, wir wollten eine stationäre Anker. Uh, stimmt. Was bauen wir dafür? Sehr viel Metall, glaube ich. Ja, ich weiß aber. Was bauen wir denn? Vier Metall, sechs Seile und zehn Planken. Vier Metall, sechs Seile. Und Platz. Ja, ja. Und ein Loch. Du baust die Fläche und ich sammle die Ressourcen, die wir brauchen. Nein, eben nicht. Gut, wie denn sonst? Geh, geh mir die Planken. Ne, Planken brauche ich auch. Wozu? So, jetzt kann ich den Ding, weil ich hier nicht mehr fällen. Ne, warte mal. So, äh, Anbauflächen, nein, Grill auch nicht. Anker, wo es ein Anker. Anker hier. Ja, drei Metallbahnen, nein, Schanier. Ja, sei, ach, sei, haben wir gebraucht, ja, Planken habe ich genug. Äh, Seil habe ich, wie viel Seile hast du, oder? Äh, leider nur eins. Ich habe extrem wenig. Ich habe, äh, vier, das heißt, ein, ich habe ein Palmenblatt raus, und dann wäre es das schon. Äh, ich habe 20, alles gut. Dann brauchen wir noch Eisen halt. Äh, ja, bitte, bitte baue einfach die Fläche, wenn du das machst. Ja, baue ich jetzt. Äh, wo denn? Ne, ich gebe dir die Sachen, bau du. Oh, geht sogar mein ganzes Holz hier. Man ist ja eh noch viel größer, aber in der Insel. Der erste Mal und zwar ist, sondern 19, jetzt dann noch ein 11, 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 jetzt noch Plastik, jetzt noch Plastik, jetzt noch und vergiss nicht, du brauchst eine Lücke irgendwo noch. Ja, ja, hier. Wo denn? Ich will nicht, dass es abknabbern kann. Ja, hier das hier weg. Ja, aber ich will nicht, dass es abknabbern kann. Zack, 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 zack. Ach so, ja, auch die Liebster, äh, ich habe aber nicht, entweder, äh, äh, das ist alles passiert, du vollidiot. Ach, Quark, er hat so ein bisschen, äh, ich habe keine Axt und kein Holz mehr. Ich habe keine Axt, Ich habe keine Axt, alles gut. Es ist mir gesagt, dass auch keiner. Ich kann auch auf die Insel gehen. Heißkuss durch. Schieb das sowieso um, dass es gegenfährt. Okay. Ih, äh, lass mich mal gucken, was kostet ein Paddel. Nein. Na, absolut nicht. Hier ist ein Lama! Digga, jetzt, komm! Du sollst Holz ohne keine Lamas beobachten. Das ist so Safari-Toro. Ich habe kein Holz gefunden, das sind nur diese fetten Bäume. jetzt, nein, links von der Insel, sofort sind da hinten ganz kleine Bäume. Richtig viele, 50 Stück. Ich bin hochgegangen. Digga, bitte komm hier zurück. Oder wohl einfach Holz, Digga, du scheiß Spaß. Ja, ich habe genug, alles gut. Ich habe die ganze Zeit genug. Digga, bist du behindert? Ne, ich bin übermächtig. Da, David. Das hat du mit dem Finger drauf. Ich bin da. Wie du mit dem Finger drauf zeigst. Mit dem Daumen hoch. Oh, con-m-m-m-m-m-m-m-m-kanzell damit kannst du es h plotfen. Muss auch anfangen. Herr, warte, stoppt! Du hast doch abgebaut. Kannst du mir einen Kanzel-Acht-Plant geben? zwei Schott bitte acht Planken und zwei Schott bitte äh was hast du nicht das Zeug der Zoll okay okay dann acht Planken bitte ich habe keine Angst ich kann kein Holz haben ich kann uns haben ja dann gib mir Holz die März gibt mal zwei Plastik okay so das hat mich abgefragt so links bitte Kita rechts und die Klinik in Laos an der Scheiß x-ray ich hab ja auch ein bisschen ab dass die Hülle in der Fall aus mir auch noch Blättern keine Bäume es war jetzt nicht so gut welche Bäume meinst du, da oben ist einer ja, den hab ich auch gemeint so, hier ist einer acht Holz acht Holz acht Holz acht Holz rote Beere bitte acht Holz bitte acht Holz bitte acht Holz das ist ein mega kreis dann ist es schweigt es tut mir zurück ich hatte auch zu spüren, acht Holz acht Holz acht Holz jetzt auch guckst er noch etwas Lager wiederum er wird um das sind die Welt gleiche Meister einverstanden besorgt waren hat mir mit Allax nicht damit in großen Baum töten aber wir unten schweinkt ihr Interessante die er hat das bloß der Weg hast du den Anker gelächter der Eifer von Stein Nein es war aber ich habe eh gedrückt hast auch die gedrückt und ich habe eine Ehe drückt der war runtergelassen wo es nur so los ich hab danach noch mal Egel geglaubt ich hab das hast du dass du dann noch mal runter gemacht hast wo es nun mehr kann man dann alles verneuern ist ab dahinten die hälfte der meister nicht das ganze Metaller die altkürzfahre sie doch gerade aber nicht haben aber der heil ist da und ich kann ihn nicht verteidigen was fehlt mir für ein Speer ich glaub nicht dass ich wie ein primitiver Typ mal schwer kämpfen muss ich nicht mal Sachen hab wenn ich dir alles vorgegeben habe ich glaubt nicht das ist mir alles gegeben aber nach allem fragst du mal wir sind ein Gerät zwei Gäste zurücklegt wie so ein Knecht wenn du ja nur dein Klimmer daran muss so ist ein nach Scheiße wenn so tot warum nicht weil hier kein Metall erz ist als Text und du alles ein du nimmst es und ist damit auf eine Insel und dann kommt so gleich später ich hab das Problem immer wer kann ich nichts gegen machen danke hei danke hei 6 dazu irgendwie dummer Wichser er ist denn ich kann hier nichts machen ich bin so nicht dann hast du nicht deswegen ja oder so wie soll ich jetzt das Schwein mit die Töne nicht mit der Stärkung in dem Moment normal schwerer sein auf gar keinen Fall und dafür ordentlich was ich bin mir vorher alle geklaut eine Frage kommt er halt zu mir wenn ich auch nicht mehr in seiner Sicht so etwas ich glaube der kommt gerade zu mir ja wo die als gut man ich kann jetzt hier unten rumschreiben und mit irgendwo Metall erzuchen wegen dir 30 die die schönes hier animiert ist alles nämlich gar nicht und einfach klumpen ich was soll denn jetzt sein dann halt die seien die gibt's kein Metallärzt kannst du Metallärzt in die Öfen tun ist doch das ist jetzt sein gemacht vorhin als ich auf dem Ding war da war keine Metallärztin ich hab ne Kiste ich nicht warum liegt hier nichts im Wasser ist das für ne Kacke auf der ganz anderen Seite von der Insel und ich wette hier ist gleich irgendwo ein Schwein was mich absolut abschlachten wird warum darf ich auch nicht mit einer Axt kämpfen ich glaub ich sterbe untergreif ich werd sterben ich glaub ich sterbe verdient 3 2 ich hab's noch egal das Schwein das Lama ist fast bei uns an der Insel das ist das Lama ist fast bei uns an der Insel süß ist mir ziemlich egal außer das Lama ich werde es töten wenn ich sehe nein Freddy der zur Fronten hier da ist es Dresden angriff das ist doch kein Lama doch ne Anti ne 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 ihr ne 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 Nase nicht verbrutscht was gerade im Scharnier gemacht Nr. ich habe ein Scharnier es ist bei der Welt wird die Scharnierbegeben Halt Prozent wir können noch Antenne hier mit mir brauchst du nicht mehr reden wenn wir kein Team sind in der Europäischen die dann gibt es die die Scharnierbein was ich nicht brauche ja okay also Leute das ist mein Thema zu 1 6 er mag nicht mal fette Leute ich verhungere jetzt sogar ja man hat sich hier auch recht weil ich so nett bin zu dir und jetzt versteht ich hab jetzt nicht gemeint okay kann so wenigstens Planken geben als da oben keine Bäume gibt nicht glaub ich hab alle abgebaut ja wie viele denn hier du fragst nicht noch wie viele um ich brauche noch eine Asteria ist er zettelst mit dem Tuch genug auch genug ich habe ich noch immer mehr steckt Prozent geschenkt das steckt einfach die sie was hunderschön zu klubs an es ist dafür ist die Trelle heißt es heißt es ist wenn ich will das ihre los halt so will er sagen wollen das ist ja auch was von der Meister abarmel er nach dem Besuch im Land zu mir war es bis zu selber kommt schon bin ich Prozent Jungs okay er ist jetzt das letzte Stück auch noch er kann zum Mal da ist es doch da liegt das war er die ganze Zeit näher bei der jährigen die große so er liegt noch eins die Erkrankung der Zeit und was zu sehen bei ihr welches Prozent er hat mich schon das sind die Planke zu liegen die immer kann ich nicht ich bin auch noch eine Planke und erhält er oder zwei Palmen Blätter die Gata Heide was sogar weggebrochen nein ich hab doch gesagt ich gibt es hier was hallo ich habe einen Dr ein endlich so ein Danke von mir die Fiefer die die Anwälzer Nein ich war an gar wieder hin Volkert gehen aber nicht es mir aufgefallen ich arbeite hier ganz Zeit extra für Metall spielen damit ich dieses Schwein abschlachten kann dieses es ist schon ein so gut und umweltfreundlich 6 wir wollen jetzt haben es abonntelig die Welt zu jetzt nein was von geflagte ich habe jetzt was allein getan oder oder soll ich jetzt irgendwie primitiver Wichser mit Holzkämpfene habe ich auch nicht genug wie kriegt man denn die Blätter aus der Bühne wobei das Ding ist da heißt dahinten und ich kann im Wasser und mehr um es auch so was er noch das Zeug was sind Zeug die Wetter aber was heißt da oben um die Insel um die Ersten auch du hast da oben gesagt aber die Umwelten und Blätter einfach Prozent im Wasser ach so also er hat jetzt ein paar Leute muss mir noch zwei geben Prozent nein du musst mir zwei gehen 1 6 ich habe davon gesunden Bau und in der Welt wofür braucht seine Kanäle sagt Prozent so ein Antimed nee ich bin zwei du bist so ein Antimed nicht also dass das jetzt selber von wenn ich nicht zur Schaffung ist deine Schuld ich war jetzt mit dem Boot raus um die Blätter zu holen ja und dann komme ich zurück falls nicht hast du Pech gehabt das ist nicht so gut und so und das Spiel hast du lange genug gespielt Lass uns nicht zurück gehen dann ich will es nie wieder mit dir aber schon 30 Minuten wir müssen gleich erst mal nein erst wenn ich meine Palmen der Tag auch vorher mache ich nicht aus er war da habe ich ein anker gerichtet an er hat sich nur ein bisschen gedreht das ding hier kommst du von rechts oder von links und von der indel aus wo ich gerne um die insel rum und muss gucken ob ich das gut finde ach nee auf der rückseite sind nämlich noch zehn bäume gewesen ja das ist immer noch ich brauche ich ab nein planken planken überall planken Sackgesicht 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 Oh die ist ganz nah bei mir die Antilope in welcher Welt ist das ein scheiß Lama ist sogar eher ein Reh als ein Lama die führt mich zu irgendwas ich glaube ich will mir was zeigen mir ist gerade richtig spannende Musik oh jetzt the fuck ist das ein Schwein was nein so eine Art Hühn so eine Art Hühn the fuck ich bin jetzt auch auf der Rückseite komm mal zu mir ich bin da unten bei so einem Stein Ding wo das Schwein ist weißt du wo das Schwein ist nein ich hab's noch nicht gesehen ich hab noch einen Greif gesehen der ist auch beim Schwein irgendwo ich versuch das Hähnchen abzustecken äh stecken aber das läuft so komisch und nicht schnell äh ich hab angegriffen von irgendwas dann lauf weg was war das? ach ein Stein vom Greif ich bin beim Greif wo bist du? wo bist du denn? äh am Wasser der hat für drei Hits davon ausgehalten ich kenne dir jetzt gegen Schwein solo deine Schuld ist wenn du schuld gewinn 1 6 bitte komm ich gewinn 1 6 ne warte ich glaube ich guck jetzt hier wenn du hier in der Küste bist du nicht ich guck hier auf die Küste hier bist du nicht dann bist du hier vorne vielleicht ähm ne dann greifen wir jetzt können wir alleine gegen Schwimmen ich stelle das einfach auf der Rückseite irgendwo unten hier ist ein Hühn ich sehe den Greif und das Prozent Prozent der Mischarer und ähm es auch mehr erpust Stuttgart gebildet der Sonne war was haben wir nun er kommt zu dir ein Stadler zu schauen wir sollen ne du musst ausweichen und dann ist er für eine zeit lang ist dann dass du in zwei jetzt gehen kannst ja habe ich schon oh was glaubt er das oh mein Gott ja ja Fleisch ich kann es nicht aufnehmen mein spiegel crashed nein hä der fuck ich wurde einfach gerade ausgedacht das sind aber Lava Alarm er hat die Lope das ist zu schnell bitte er sich die Parten vorbei sein und so erinnert vom Schiff ich bin tot und muss ich sagen es war ich habe alles eingesammelt vom Schwein aus nichts bekommen hast du das vom Schein bekommen? ne ne mein Inventar war voll ok wir oder warte wir enden jetzt die Folge auch ok herzlich willkommen und tschüss